Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, chipmaterne, meine Sponsoren, IG-Folk und MMOJ-Os, die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad-Pillar-Showdown und heute geht es um Dembélé. Ihr wisst es, einer der krassesten Spieler überhaupt in der letzten Bundesliga-Saison gewesen. Und deswegen gab es natürlich auch im Sommer oder immer noch einige Gerüchte, dass er vielleicht von Borussia Dortmund gehen wird. Es gab Barcelona im Gerücht, es gab Real Madrid im Gerücht. Bro, was meinst du? Max ist auch dabei. Wird Dembélé gehen oder wird er bleiben? Was meinst du? Ja, eigentlich hat der BVB gesagt, er ist unverkäuflich, aber sollte, also ich bin mir eigentlich sicher, sollte Neymar dann zu PSG wirklich gehen und das steht ja schon fast sogar fest, das ist unglaublich, dann bräuchte Barca natürlich Ersatz und ob es dann Dembélé ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, man weiß es nie, Leute. Schreibt einfach mal Hashtag Ja oder Hashtag Nein in die Kommentare, ob ihr meint, wird Dembélé gehen von Dortmund? Wie gesagt, Ja oder Nein. Und lasst natürlich auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt und natürlich auch ein Abo und dann wissen wir, dass wir sowas nochmal machen können. Und ich bin gespannt, man. Du hast schon recht, ihr wisst es. Man weiß nie, man, ganz ehrlich, man weiß wirklich nie. Es wird immer gesagt, der und der wechselt nicht. Dann wird gesagt, er wechselt doch und im Endeffekt wechselt er nicht. Manchmal wird gesagt, er wechselt auf keinen Fall und dann wechselt er doch im Endeffekt. Im Endeffekt, den Fußball, du weißt selber, ist alles möglich, ne? Ja, vor allem heutzutage mit den ganzen Summen, da dreht man noch ein Durch, Alter. Okay. Wollen wir... Das ist ehrlich so. Na okay, was soll's. Scheiß drauf. Also, wir starten direkt. Bist du bereit? Ja, ich scheitere die Formation hoch und die müsstest du vielleicht haben. Ja, eine Flügelformation ist ja safe. Okay, ich hab die 433, die vierte mit dem ZOM, hab ich am Start. Okay. Ja, ich hab auch eine 433-Formation aufgeschrieben. Allerdings die normale, die ganz normale. Scheiße. Ich kann dir sagen, ja, ich hab bei dir auch eine Flügelformation, ist ja klar. Ja. Und ich hab eine 433. Oh, okay. Das ist schon... Ja, ich hab die 433, die dritte. Die dritte. Ja, 433, die dritte. Ey, die ist doch... Hä, was, das ist doch fast dieselbe, oder nicht? Mit ZDM haben die. Ah, nee, stimmt. Mit ZDM. Na ja, okay. Das heißt, wir dürfen beide die Formation behalten. Wir kommen, wir haben fast dieselbe Formation. Deswegen natürlich vorne zu den Stürmer, linker Flügel und Stürmer. Oh, was geht's? Wir starten natürlich wie immer vorne im Sturm und du fängst an. Ich hab zwei Spieler bei dir gleich aufgeschrieben, die richtig krass sind. Ja, ich halt mal... Ich halt mal hoch. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da vielleicht einer sein könnte. Den du jetzt im Team hast. Komm schon. Okay, ich hab im Sturm... Ja. ...in Form Material von Manchester United die Stürmer Version. Richtig krasser Typ. Und auf dem linken Flügel hab ich wieder ein Brasil... Brasilianer sag ich schon... Franzosen aus der Bundesliga. Und zwar Franck Ribéry. Das ist mein Team. Heftige Franzosen vorne. Ich hab... Ja, man, komplett Franzosensturm. Auch einen aufgeschrieben. Anthony Modeste. Sonst hast du den immer. Ja, ich hab ihn sonst immer. Okay, und links... Und links hab ich... ...und links hab ich... ...auch einen aus der Bundesliga. Marco Reus. Ja, man, ich wusste es. Geil. Okay, Ribéry... Ribéry ist so ein Spieler, man. Ich find den eigentlich ganz fresh, muss man sagen, im FIFA 17. Allerdings nimmt den fast niemand mit. Der hat nur 82 Tempo. Das ist das Problem. Das stimmt. War auch schneller. Weißt du noch, früher... Ey, kannst du dich an die Team-of-the-Season-Karte erinnern? Ey, er hat alles rasiert, man. Der Ribéry-Tanz. Nein, Spaß. Okay. Okay, komm, machen wir weiter. Was labern wir so lang? Dein Spieler. Ja, ich weiß auch nicht. Ich fang jetzt mal an. Und hab ich mich für Franzosen entschieden? Das ist die Frage der Fragen. Es sind zwei Franzosen. Und zwar einmal Mbappé, Team-of-the-Season. Und links außen habe ich dann noch eine Franzosen. Und zwar Limar. Allerdings nicht als Team-of-the-Season, sondern in Form. Ja, heftiges Team. Ich hatte einen Franzosen aufgeschrieben. Und zwar Griezmann und Neymar. Mbappé, Junge. Den haben wir da letztens auch auf meinem Kanal. Als möglicher Realtransfer. Bei dem weiß man auch nicht, ob der vielleicht wechseln wird. Stimmt schon. Man wird erst am Endeffekt am 31. August, wenn die Wechselfrist zu Ende ist, wissen. Nein, egal, was soll's. Okay, wir dürfen alle behalten. Das heißt, ab geht's ins Mittelfeld. So, der Sturm steht, Freunde. Und jetzt kommen wir ins Mittelfeld. Bei dir gibt's ja ein ZOM. Und ich bin gespannt, ob du es mir jetzt so offensichtlich gemacht hast. Ja, hau raus. Okay, wenn du schon sagst, okay, wenn du schon sagst offensichtlich, dann könntest du vielleicht den einen oder anderen haben. Ja, wir fangen mal rechts an. Da habe ich eine Footy-Karte. Und da könnte man eventuell drauf kommen. Allerdings ist es auch ein bisschen, ja, unauffällig. Und zwar Renato Sanchez kam hier jetzt neu raus. Mal schauen, ob der einen Footy-Winner bekommt. Wenn der Footy-Winner bekommt, wird das echt eine freshe Karte sein. Das wird ein richtiges Bies. Und zentral, ja, man, zentraloffensiv ist es, oh, das ist zu leicht wahrscheinlich, und zwar Pogba. Und links daneben habe ich noch so einen Spieler, der relativ offensichtlich ist, und zwar Team of the Season Kante. Ja, also ich sag mal so, ich habe drei Franzosen aufgeschrieben und ich habe auch einen Spieler getroffen. Also erstmal nicht Renato Sanchez, weil ich ja drei Franzosen habe. Da habe ich Tolisso gedacht. Oh, Tolisso, den konnte ich nicht machen. Den konnte ich nicht machen. Das geht nicht, Digga. Das ist zu oft gemacht. Okay. Dann habe ich Sanson, das war vielleicht dumm, aber Pogba ist auch am Start. Aber, ja, okay, Mann, das war, das Ding ist eigentlich dumm von mir, weil ich hätte jeden anderen Main-U-Spieler auch da nehmen können, glaube ich, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube schon, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, okay, da hinten, obwohl er hätte ich Kante. Ja, egal, was soll's. Okay, Pogba ist. Ist jetzt sogar auf der 10, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ja? Okay, aber ich kann Kante-Nest-Ball. Als Spielmacher, ja, komm, hau den Joker da einfach mal rein. Oh, Digga, dein Ernst. Oh mein Gott, Alter, du weißt selber, das ist komplett broke. Das ist immer broke. Aber wir schauen trotzdem vielleicht, du weißt. Der hat einen Chemie-Punkt, oh mein Gott. Naja, okay, das heißt, wir kommen erst mal zu deinen Spielern. Ich kann dir sagen, ich habe auch, wo wir gerade bei Franzosen sind, zwei Franzosen aufgeschrieben, nicht drei, wie du. Zwei habe ich aufgeschrieben. Okay, und ich habe auch einen Franzosen. So, wir fangen in der Mitte an und da habe ich mich für welche Liga entschieden, für die La Liga. Ja, und zwar ist da Isco als 91er Man of the Match am Start. Dann im ZDM. Okay, nicht schlecht. Team of the Season, wen hast du? Thiago Tullizón, Bakayoko. Ah, fresh, ey. Gut, du darfst alle behalten. Ja, auch wieder. Okay, es war zu offensichtlich bei mir mit Pogba, aber ich hätte mir da was anderes einfallen lassen sollen. Na, egal, kann man nichts machen, ich muss noch kurz Renato Sanchez eine Verletzungskarte geben und dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Und eigentlich erraten wir da ja immer die Spieler, du weißt es selber, aber schau mal, los geht's. Los geht's. Wir kommen zu den Außenverteidigern und ich würde sagen, ich fange an rechts. Ich fange an rechts, hast du schon hochgehalten? Ich halte jetzt hoch, man kommt schon, das ist 50-50. Okay, ich habe rechts, Piszczek, da kann, ich weiß nicht, da könnte man jetzt, obwohl es geht, ich könnte eigentlich jeden Bundesliga-Rechtsverteidiger nehmen. Ja, aber naja, okay, und dann kommen wir zu meiner linken Seite und den habe ich noch nicht geholt, den muss ich noch kurz holen, es sei denn, du hast ihn. Und zwar ist es ein Franzose, damit natürlich auch alle da auf Chemie kommen und zwar ist es Mordy, der ist ja gewechselt zu Manchester City. Geiler Typ, geile Karte auf jeden Fall. Das ist heftig. Das ist der, das ist meine Verteidigung. Ja, jetzt kommt 50-50, Rechtsverteidiger habe ich Lahm und Linksverteidiger Klischee, Mann. Ey, oh, ich wusste, ich kann die Klischee mitnehmen, Mann, das geht nicht. Ey, das ist das Geile, jetzt Mordy, da gibt es wieder ein bisschen Auswahl. Ey, aber ich habe gesehen, Klischee ist, glaube ich, gegangen von City, der ist irgendwo in die Super League jetzt gewechselt, das heißt, im Endeffekt gibt es nächstes Jahr wieder so wenig Auswahl. Aber naja, okay, das heißt, ich darf beide behalten. Glück gehabt, jetzt bin ich dran und soll ich einfach mal links anfangen, hier mit der Spanier-Seite? Oder ist das vielleicht... Ich habe zwei Spanier auch. Du hast zwei Spanier. Und ich habe auch zwei Spanier. Ja, komm, komm, komm. Der erste ist... Ja, ich weiß. Nacho Monreal. Und jetzt als Rechtsverteidiger habe ich ein bisschen Angst. Oh mein Gott, es ist... Johan Fran, SBC. Ey, Mann, ich habe Gaia und Montoya aufgespielt, Mann. Ja, okay. Ich hatte so ein gutes Gefühl, wo du sagst, es war Spanier, aber das Ding ist, es gibt so viele Spanier Außenverteidiger. Das stimmt auch. Das heißt, du hast bislang ein komplettes Team, aber ich habe, boah, es ist ein bisschen, das ist noch okay. Das heißt, wir kommen zu den Innenverteidigern und natürlich zu dem Torheta. Ja, das Finale, die drei letzten Positionen und mal gucken, ob jetzt hier noch einer fallen wird. Ich hoffe nicht. Okay, bist du bereit? Ja, ey, komm schon, Mann. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Das Ding ist, ich brauche rechts, brauche ich ja noch einen Spieler von Bayern, glaube ich. Oder Portugies. Ich weiß nicht, ob ein Portugies erreichen würde. Gibt es einen Portugies, einen Innenverteidiger? Keine Ahnung, du hast bestimmt einen Bayern-Spieler. Ja, ich habe Martínez. Habe ich extra Martínez genommen, weil man den vielleicht nicht erwartet. Weil er hat 53 Tempo. Links habe ich dann Team of the Season, Azpilicueta. Und im Tor kann ich jetzt jeden Spanier nehmen. Und da habe ich mich für Inform Arsenio entschieden. Boah, also man muss sagen, die Verteidigung ist richtig stark. Vor allem, Martin, das ist gar nicht so schlecht, auch wenn er jetzt kein Tempo hat. Ja, aber wenn er so langsam ist, ich verpricht. Ja, genau. Und ich habe Boateng, Zuma und Neu aufgeschrieben. Ah, Junge, Zuma, Zuma ist auch. Der ist auch voll OP eigentlich. Ja, Mann. Aber der ist jetzt, der wurde, glaube ich, entweder ist gewachsen oder wurde ausgewählt. Bei Stowe, glaube ich, ja. Ja, der wurde ausgewählt. Ja, aber Chelsea verleiht ja eh den zweiten Spieler. Von daher ist das ja ganz normal. Weiter geht es mit deinen Spielern. Das heißt, ich habe einen Bronzespieler. Naja, okay. Okay, geht schlimmer. Und jetzt haue ich meine Verteidiger raus. Ich sage mal so, es ist jetzt nicht so leicht. Aber einen könntest du haben. Es ist erstmal Alvaro in Form. Kennt man eigentlich nicht. Hat aber gute Stats. Ich habe ihn auch schon mal gehabt. Okay. Und Pepe. Und im Tor habe ich dann die Footbirth-Day-Card von Siriju. Boah, nice, Alter. Nicht schlecht. Kein schlechtes Team von Siriju mit dem rechten Mann gar nicht. Nee, Mann. Der Typ spielt ja einfach in der La Liga, ey. Das ist halt ehrlich so. Man denkt immer noch PSG oder so. Ja, Mann. Der war ja richtig lang da in der La Liga. Ah, ich habe Azpilicueta genauso wie ich, De Gea und Ramos. Es war zu leicht. Ja, genau. Das war ein leichter Weg. Nein, okay. Das heißt, du hast ein volles Team. Ich habe einen Bronzespieler. Das heißt, Vorteil liegt bei dir. Aber du weißt es. Der Fluch. Du kennst den FIFA Gaming Fluch. Der FIFA Gaming Fluch. Mal gucken. Wir werden es einfach sehen. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Let's go. Wir schauen mal. Wir starten ins Spiel. Los geht's. So, Leute. Ihr seht noch mal beide Teams. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein Team ist heftig. Aber deins auch. Außer halt diese ZOM da vorne. Wenn der aber, der kann trotzdem carryen. Du weißt das. Die Bronzespieler, die trumpfen bei dir immer auf, Mann. Ja, manchmal die Bronzespieler. Wir schauen mal, ob der Fluch weiterhin anhält. Die letzten vier Showdowns habe ich, glaube ich, alle gegen dich gewonnen. Ja. Na ja, wir schauen mal. Los geht's. Los geht's. Jetzt. Oh, Dembélé ist durch. Und da ist das 1 zu 0. Ey. Endlich muss ich mal sagen. Erste Chance, erstes Tor, aber es ist ja noch der Anfang, ne? Das ist ja Dembélé, ne? Auf den kann man sich einfach verlassen, Mann. Ganz ehrlich. Der Team ist krank. Mal. Auf den Zorn zieh. Oh. Oh mein Gott, ey. Ey, Junge. Das war so krass, Alter. Oh. Oh. Mbappé macht das 2 zu 0. So, komm, ey. War's wieder Dembélé? Ne, Mbappé, denk ich. Mbappé war's? Ey, Junge. Deine Franzosen nach vorne. Das Ding ist Aspiguet hat einen Schritt zu spät daneben gehauen, Mann, ey. Na, versuch ich's direkt mit. Oh. Junge, Junge, Junge. Boah. Ey, stell. Das wär so Pifa, Digga, wenn der jetzt ins Zeuge gelaufen wäre. Nein, das war stark. Und Dembélé macht das 3 neue Jungs. Yes, Mann. Ey, das gibt ja eine richtige Blamage hier. Kacke, Digga. Aber Dembélé, die kann man nicht stoppen, ganz ehrlich. Das muss man einfach sagen. Ja, so ein Leymar und so ein Mbappé vorne, Alter, diese Frankreich-Teams, ey. Frankreich allgemein, OP. Oh, Mann, also der Fluch ist endlich vorbei, ey. 3 zu 0 gewonnen, das heißt, drei Spieler muss ich abstoßen, aber... Dembélé war halt so einfach on fire, muss man sagen. Und ja, wenigstens ist es jetzt... Ja, war richtig on fire. Es ist jetzt einmal wieder so gewesen, dass ich gewonnen hab. Bin zufrieden. Ja, Mann, wir kommen zum Abstoßen. Wir kommen zum Abstoßen. Und ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl, weil jedes Mal, wenn ich bislang einen Footy drin im Team hatte, musste ich den auch abstoßen. Ich hab, glaub ich, insgesamt jetzt schon drei Footys oder so abgestoßen, Mann. Ja. Deswegen, ich will nicht schon wieder einen Abstoßen. Ich bin schon mal zufrieden, dass ich den Bann jetzt gebrochen hab. Und jetzt will ich zur Krönung natürlich noch einen richtig geilen Spieler treffen hier. Sag einfach Bescheid, wenn du ready bist. Okay, 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 warte. Ich versuch's grad ein bisschen clever aufzubauen. Ja, warte, was mach ich hier, Alter. Okay, warte, warte, ich bin gleich fertig. Chill kurz. So, okay, ich hab's so... Naja, warte, chill kurz. Ja, ist richtig nervös, Alter. Kill, komm. Junge, ich weiß nicht, okay, so mach ich, so mach ich. Ich hab's jetzt versucht, clever aufzubauen. Okay. Und du hast... Ja, hau erst mal aus. Ich muss ja jetzt eigentlich eintreffen. Und deswegen denke ich, ich nehm ne Reihe. Und zwar alle drei aus deinem Mittelfeld. Komm, hau die raus. Und wen hab ich? Okay, ich wusste es, ne, deswegen... Ich hab's extra so aufgebaut, weil ich wusste, du nimmst ne Dreierreihe. Und ich hab dir die Stürmer Dreierreihe oder die Mittelfeld Dreierreihe. Und... Allerdings hab ich mir gedacht, du gehst auf die Stürmer Dreierreihe. Deswegen hat ich da die schlechteren Spieler. Im Mittelfeld hatte ich Arsenio in Form. Na, da ist immer... Martínez in Form. Und ein Bronzespieler, diesen Hau. Weil Paul... Hey, das Ding ist, ich hab jetzt volles Risiko gegangen. Da weißt du, meine Verteidigung. Linksverteidiger Kanté, Innenverteidiger Martial und Aspil-Queta und rechts Dembélé. Das heißt, hättest du irgendwie drei Spieler aus der Defensive genommen. Alter. Das wär auf jeden Fall komplette Zerstörung, aber gut. Renato Sanchez war im Tor. Ich hätte gehofft, du hättest die Stürmerreihe genommen. Die wär schlecht damit. Ribéry, Piszczek und Mordi. Das war's dann von diesem Video, wenn's euch gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, da checkt die Folge bei Max aus. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Macht's gut, haut rein und... Ciao. Ciao.